Wir sind im Auto jetzt und wir gehen zu einem Rumpel-Bazaar, Wir sind eine Woche vor Drehbeginn und was sich diese Woche alles getan hat, seht ihr hier. Wir sind im Auto jetzt und wir gehen zu einem Rumpel-Bazaar, um Möbels, DVDs, Bücher zu finden, weil Jakob hat uns gesagt, dass der 10 Meter ein bisschen leer aussieht. Ich habe auch einen Noten für Violoncello gefunden. Mozart. Schnellbach spielt Mozart, schön alt, verhielt. Ja, wie es immer so ist, eine Woche vor Dreh, hat man das Gefühl, man hätte gerne noch mindestens zwei, weil es geht runter und drüber. Man spürt, die Luft vibriert und das ist geil. Es ist ganz knapp davor und es ist echt spannend. Es ist zwar überall zu wenig Zeit und alle sind so ein bisschen angespannt und nervös, aber gleichzeitig ist es so eine positive, so ein alle wollen endlich loslegen. Es ist so kurz vor, kurz vor, kurz vor Startschuss. Der Thaddeus und ich machen heute die große Besorgungstour. Alle möglichen Requisiten und sonstige Sachen, die noch für den Dreh gebraucht werden, der endlich Dienstag beginnt, werden heute geholt und morgen nochmal. Und dann können wir Dienstag endlich starten. Hallo, ich bin Erwin, ich bin verantwortlich für das Kostümbild in Homesick und hier befinden wir uns im Theaterkunst Kostümausstattung, wo wir hoffentlich fündig werden bei Esther und Tatja. Eine Sache, die ich wirklich komplett unterschätzt habe, da denke ich mir jetzt mal, wie konnte ich nur, ist das Kostüm. Ich habe einfach nicht bedacht, wie aufwendig es ist, 20 Spieltage für, gut, zwar wenige Hauptfiguren, aber doch ein paar Nebenfiguren auszustatten. Mit unserem Farbkonzept, mit in einer Wohnung, mit einer Entwicklungsphase der Schauspielerin, die von lebendig, frisch, von der Wohnung absorbiert, in sich selbst gefangen geht, das ist echt heftig. Und der Novene, der jetzt knapp 10 Tage vor Drehbeginn da reinspringt, hat meinen allergrößten Respekt und hat eh auch die Unterstützung vom Produktionsdepartement und so weiter von allem, aber macht halt einen mörderischen Job. Wir gehen jetzt zu unserem kleinen Aufenthaltsraum. Irgendwo in den Hinterhöfen vom Meer, wo wir unser Produktionsbohr einrichten werden, essen werden und kostümieren uns werden. Eigentlich unser Leben außerhalb ist das. Sie sind alles noch sehr leer und verlassen, aber in kurzer Schotten wird das ziemlich vollgestellt und ziemlich betriebsam hier drin sein. Das ist die erste Klappe, die für Homsig geschlagen wird, für den heutigen Herzen Portetag am Sonntag. Es ist soweit. Dann gab es außerdem noch zwei kleine Vordrehs, die ganz wichtig sind, weil wir diese, das sind so Fensterblicke und so Sachen, die uns in der Drehzeit einfach nur unter Anführungsstrichen Zeit klauen würden. Eine Sache, die man auch richtig Bauchschmerzen macht, und das hat sich in der Vorbereitung schon angekündigt und jetzt im Vordreh nochmal bestätigt, ist das Licht. Wir haben einfach nur sieben Tageslichtstunden und wir müssen trotzdem ein Programm von zehn Drehstunden eigentlich jeden Tag schaffen. Das ist keine kleine Sorge. Also da muss ich mir echt ein bisschen Sorgen über das hinkriegen und ob wir jeden Tag Dinge hängen lassen müssen und wie das funktioniert und funktionieren soll, wir werden sehen. Und am Ende dieser letzten Produktionswoche und gleichzeitig als Auftakt für den Dreh steht das Warm-up, wo zum ersten Mal alle Teammitglieder, Schauspielerinnen zusammenkommen und anstoßen und so ein bisschen sozusagen reinfeilen in den Dreh. Und da werden so die letzten organisatorischen Dinge besprochen und einfach gemeinsam hineingeswingt. Und da freue ich mich schon sehr, sehr. Ja, das war also die letzte Woche vor Drehbeginn. Morgen heißt es für uns drehen und wir sind am Set. Und was da so alles passiert, das seht ihr nächste Woche. Tschüss!